Nummer 4 Dieser Planetenmischer zeichnet sich durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Er verfügt über einen leistungsstarken 900 Watt-Motor, der für schnelle Ergebnisse auch bei schwierigen Teigen sorgt. Der Edelstahlbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 4 Litern. Sie können zwischen sieben Geschwindigkeitseinstellungen wählen. Dank der 3D-Planetenbewegung mischt er die Zutaten in 3D-Bewegung für schnelle und hervorragende Ergebnisse. Hohe Sicherheit garantiert der Überhitzungsschutz. Gummifüße für mehr Stabilität bei der Verwendung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Dieser Planetenmischer hat einen 1000 Watt-Motor, der dank seiner 3D-Planetenbewegung und der speziellen Form der 4 Liter Schüssel Teig bis zu einem Kilogramm verarbeiten kann. Er kommt mit viel Zubehör wie Schneebesen zum Schlagen und Mixen, Knethaken, Messer mit drei Scheiben zum Zerkleinern und Reiben, Mixbecher, Deckel, einer Tasche und einer DVD mit Rezepten. Der Planetenmischer hat sieben Geschwindigkeiten. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dieser in elegantem Beige und Edelstahl erhältliche Planetenmischer hat einen 1000 Watt-Motor und eine sehr genaue Mischgeschwindigkeit. Der Planetenmischer hat eine große Edelstahlschüssel, ein Fassungsvermögen von 4 Litern, rutschfeste Füße, sieben Geschwindigkeitsstufen. Tolles Produkt! Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 1 Das Paket enthält eine Küchenmaschine, einen Deckel, eine Edelstahlschüssel, einen Knethaken und zwei professionelle Schneebesen. Der Optimum Planetenmixer in der schönen Farbe Pastellrosa ist die perfekte Küchenmaschine für Ihre Gerichte. Ideal für Pizza, Kuchen, selbstgebackenes Brot und jede andere Art von Teig. Der Leistungsstärke 1600 Watt Motor verarbeitet große Mengen mühelos. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 5,5 Litern. Tolle Geschenkidee für Kochliebhaber. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Das ist ein Fassungsvermögen von 5,5 Litern.